Die Methode 4O plus X setzt sich aus fünf Bestandteilen zusammen. Klar, den 4Os und dem X. Das zweite O ist Obrigado. Obrigado ist das portugiesische Wort für Danke. Diese Praxis von Obrigado beinhaltet Dankbarkeit als aktive Praxis. Und zwar nicht nur, dass wir dankbar sind in Momenten, in denen es uns leicht fällt, weil gerade was Schönes passiert ist, sondern dass wir Dankbarkeit kultivieren. Das gibt bestimmte Methoden dafür. Dankbarkeitsjournal, Dankbarkeitsspaziergang und verschiedene andere Dinge, die in dem Buch vorgestellt werden. Und das Interessante dabei ist, alles worauf unsere Aufmerksamkeit fällt, verändert sich und beginnt uns auch durchs Unterbewusste immer mehr in den bewussten Geist zu spülen. Zum Beispiel, wenn wir uns eine rote Krawatte gekauft haben. Ich meine, wer kauft sich rote Krawatten? Aber wenn wir uns eine rote Krawatte gekauft haben, dann sehen wir auf der Straße auf einmal lauter Menschen mit roten Krawatten. Gibt es mehr rote Krawatten auf der Welt? Nein. Aber wir haben unserem Gehirn die Botschaft gegeben, da drauf bitte mehr Aufmerksamkeit lenken. Und wenn das mit roten Krawatten funktioniert, warum dann nicht auch mit Dingen, für die wir dankbar sind? Und wenn wir auf einmal in unserem Alltag ganz automatisch mehr Dinge feststellen, die positiv sind, für die wir dankbar sind, über die wir glücklich sein können, kann es unser Leben ganz subtil, aber nachhaltig positiv verändern. Auf Wiederumaufstellungen. Auf Wiederumaufstellungen. Auf Wiederumaufstellungen sind wir Facebook.